Utthita-hasta-prapada-ushtrasana ist eine Form von Niralamba-prapada-ushtrasana, die Kamelstellung, Uhtrasana, auf Zehenspitzen, prapada, bei der du die Arme oben in der Luft hältst, und zwar beide Arme oben. Deshalb Utthita-hasta, also die Arme oben. Du kannst dabei die Handflächen zueinander zeigen lassen, du kannst die Handflächen in Namaste-Mudra machen oder auch die Hände in Chin-Mudra.